Heute möchten wir euch die Axt Gore-Hall aus World of Warcraft vorstellen. Gore-Hall ist die mächtige Zweihandachs von Chrom Hölschrei, einem der größten Helden der Orks. Sie wurde von einem Anführer des Kriegsrunden-Clans an den nächsten weitergegeben. Diese 6 kg schwere und 105 cm lange Waffe hat für Entsetzen auf hunderten von Schlachtfelden gesorgt. Die Schneide ist insgesamt 47 cm lang. Den Link zur Axt sowie zu unserem Shop finden Sie unter dem Video in der Beschreibung. Schauen Sie doch mal vorbei.